Hallo, mein Name ist Gerburg Maria Müller. Ich leite die wunderbare Jugendkunstschule in Schwäbisch Gmünd gemeinsam mit Ina Siebach-Nasser. Und wir sind mitten in der Stadt, neben unserer wunderschönen Gmünder Volkshochschule, mit der wir sozusagen ganz eng gemeinsam sind. Wir freuen uns riesig, dass wir dieses wunderschöne Memo bekommen haben. Ein Projekt, das Kinder Medien mobil. Ihr seht, es ist wunderbar ausgestattet schon. Und mit diesem Kinder Medien mobil bereisen wir jetzt die Ostalb. Und wir bringen den Kindern Workshops zum Thema Action Bound. Wir machen Stop-Motion-Filme gemeinsam in den Klassen. Wir haben die Rhythmus-Forscher dabei, die dann Stimme, Gesang, Beatbox, Rap gemeinsam ausprobieren und mit Garage Band arbeiten werden. Und die Ideen reißen überhaupt nicht ab, was wir noch alles mit diesem Memo machen. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich beim Kinder Medienland, dass wir diese Förderung bekommen haben. Und es kann losgehen mit unserem Memo.